3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 Der fährt auch nach hinten Die Leute gucken schon Wir sind wieder angekommen Wir fahren gerade Ich hoffe, ihr hört das, Freunde Du kannst auch von außen aufnehmen, bitte aufschieben Freunde, willkommen zur neuen Woche Heute ist Montag, es ist wieder 5.30 Uhr Wir haben wieder Training vor der Schule Wir zeigen euch mal kurz so ein, zwei Gänge wie wir dann Brüst trainieren Wir sind, wir sind, wir sind We are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search for you, stay lost Shit, shit, shit Wieder Schule Was ist das? Keiner da, Mann Nur wir Wir sind die Ersten Kevin Wir sind zum ersten Mal seit einem Jahr An den Jogginghosen An den Jogginghosen In der Schule Verrückt Der Arman wird zum Kanaken Ole ist auch da Kader-Ringer vom saarländischen Ringerbund Wir sind schon in der Schule Wir haben jetzt die ersten zwei Stunden hinter uns gebracht Wir haben heute Morgen wieder trainiert Ich bin schon müde Wir haben jetzt gleich Englisch Wir sind gerade wieder die Einzigsten Hier ist niemand Hier seht ihr Kevin Krem Wie ihr Fenster aufmacht Es gibt sogar zwei Fenster bei mir, Freunde Wow Freunde, wir gehen gerade spazieren an der Uni Ich habe um 17 Uhr Training Um 16.40 Uhr Warum haben wir getrennt Training? Weil wir jetzt in Gruppen aufgeteilt wurden Nach Gewichtsklassen halt Genau, nach Gewichtsklassen Es gibt insgesamt vier Gruppen jetzt glaube ich mittlerweile Oder sechs Ja, sechs Gruppen Sechs Gruppen Jede Gruppe hat einen anderen Trainer Und jeder trainiert auch in verschiedenen Zeitpunkten Das heißt, er trainiert ein bisschen früher Damit man sich halt nicht zu nahe kommt und so Auf jeden Fall wird das jetzt mal die und nächste Woche so weitergehen Und dann kann schon alles anders aussehen Dann können wir schon vielleicht wieder auf die Matte Das weiß halt noch keiner so richtig wie es weitergeht Egal Mal gucken Alter, was ist das? Eine Schlange Eine Schlange? Ja Blindschleiche, Digga Und wir haben gerade eine Schlange wie sie Hast du es noch drauf? Ich weiß es nicht Nur mein Essen von der Mensa Wir waren gerade in der Stadt Haben was getrunken Haben das Spiel geguckt Also die erste Halbzeit Ich denke, dass Bayern ein deutscher Meister ist Schon wieder Leider Leider Es ist Mittwoch Mein Essen in der Mensa Heute nur Salat Mensa Und ja, die haben mir gerade gesagt Dass es immer Spaß macht Uns anzuschauen, dass sie immer lachen müssen und so Und mir hat auch gestern Oder auch die Tage davor Jemand gesagt Ja, wenn die schlecht drauf sind Dann schauen die einfach unsere Videos Dann haben die was zum Lachen Und das freut uns einfach Das macht uns halt glücklich, wenn wir sowas hören Weil manche unterhalten sich Manche finden es lustig Und das ist halt das Geile Das wollen wir erreichen Und unser Kanal wächst immer weiter Immer weiter Deswegen, Freunde, bleibt dran Es werden geile Sachen kommen Wir wollten eine Fahrradtour machen Aber die fällt aus Wegen schlechtem Wetter Deswegen gehen wir jetzt in die Halle trainieren Oh mein Gott Freunde, was geht gerade ab, Alter Es riecht gerade so krass Der Kevin, der muss jetzt los Der muss eine Triathletin abholen Weil die Im Regen steht Und die ist gerade vor 20 Minuten losgefahren Oder so Da kommt er Oh mein Gott, Freunde Da ist das Wasser Komplett übergeschwommen Und jetzt ist er Komplett nass Das läuft hier komplett rein Nachricht von Frank Wir müssen hier die kompletten Matten In die Umkleidekabinen stellen Dass die trocknen Sonst verschimmeln die Und die kaputt Deswegen müssen wir Komplett die Matten Also auch mehr hier Das geht hier auch noch Komplett die Matten Dann ausräumen Und in die Kabine stellen Damit die mal trocknen Und dann schauen wir weiter Nee So, da ist auch ein bisschen trocken Das kam alles nach der Also unten auf dem Boden Das fand ich auch immer so nach unten auf dem Boden Einfach So viel Wasser Ah ja, jetzt sind wir fertig Mal gucken, wie es morgen weitergeht Einen Scheiß muss ich Donnerstag Training früh Guckt euch diese Maschinen an Wie sauber Oh Wie sauber er die Ugemacht Kinzi sieht das doch eine Maschine, oder? Waschmaschinen Ja So, ein bisschen lang Deier Wie fühl mir das jetzt weißt Die Spiele Ich hab das gezählt Wie viele Insgesamt Wie viele insgesamt ... ... ... ... ... ... Das sind noch ein paar Vier. Wie ein Brett. Digga geiler Winkel. So gerade eben, wir haben hier an den Seilen 8x30 gehangen. Es war... Gehangen, Entschuldigung. Wir bauen hier Matten auf. Aus dem Grunde... Mach deine Kamera aus! Aus dem Grunde, weil wir uns jetzt hier Ringe... Das sind Ringe, da hängen wir uns mit den Händen dran. Ne, mit den Füßen. Ne, mit den Füßen. Und machen dann so Saltos. Also, ihr werdet gleich sehen, wie ich das meine. Kindsy, zeig mal deine akrobatischen Fähigkeiten. Fähigkeiten. Opa! Und nochmal. Opa! Und nochmal. Opa! Und nochmal. Wie viel bist du? Sieben? Und acht. Jawohl. Stabil. Normal muss man nochmal zurück. Also siebeneinhalb. Eine halbe fehlt noch, Kinsey. Fremde, sollte doch mal tanzen gehen, oder? Die Moves, die ihr raushaut. Jawohl, ey! Wuhu! Ich misch mal von da, sieht man nicht besser. Jawohl! Bleib dran, komm! Jawohl! Ja! Schön, 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 schön. Wow! Chefkocher! Einfach Chefkocher! Was machst du dir? Äh, Thai Curry. Nice. Sieht schon... Also riecht auf jeden Fall geil, sieht auch nice aus. Ich esse so Wraps mit so Gemüse und Fleisch von Mutti. Freunde, wir haben gerade die zweite Einheit hinter uns. Ich bin gerade allein in der Halle. Es ist niemand da. Ich werde gleich abgeholt von Jack. Ich koch mir noch was. Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Ja, ich hab Auto repariert. Ich hab Training heute gerettet auf den letzten Drucker alles. Un für 100 Franken. Ah, scheiße! Du musst was ausgeben. Ich hab's verfehlt, jetzt muss ich bezahlen, gell? Ja. Oh, scheiße! Freunde, noch was ganz wichtiges. Gestern ist ein Video rausgekommen und zwar geht es hier um eine Fahrschule. Hinten ist Yusuf. Die Premiere läuft schon. Okay, ich hab das Video selber noch gar nicht gesehen. Ja, Freunde, falls ihr das ganze Video sehen wollt, hier oben. Schaut euch das Video an, gebt ein Like. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!